Der Bund hat die Einführung einer Strompreisbremse beschlossen, um die Verbraucher von den hohen Energiepreisen zu entlasten. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie die Preisbremse bei Strom funktioniert. Das Wichtigste zuerst. Sie profitieren automatisch von der Strompreisbremse und müssen selbst nichts tun. Die Preisbremse gilt ab dem 1. März 2023 für das gesamte Jahr und umfasst auch rückwirkend die Monate Januar und Februar 2023. Dadurch wird Ihr Abschlag ab März automatisch gesenkt und Sie werden direkt entlastet. Über Ihren neuen Abschlag werden Sie rechtzeitig schriftlich informiert. Grundlage für die Berechnung der Preisbremse ist Ihre Jahresverbrauchsprognose vom örtlichen Netzbetreiber. Für 80% dieser Verbrauchsprognose zahlen Sie den vom Bund festgelegten Preis von 40 Cent je Kilowattstunde. Für die restlichen 20% gilt weiterhin der vertraglich vereinbarte Preis. Das heißt auch, dass wenn Ihr Strompreis heute noch unter 40 Cent pro Kilowattstunde liegt, Sie nicht unter die Strompreisbremse fallen. Wie genau Sie nun von der Strompreisbremse profitieren, erklären wir Ihnen anhand eines Rechenbeispiels. Angenommen, Ihr Strompreis beträgt 49,97 Cent pro Kilowattstunde und Sie haben einen prognostizierten Jahresverbrauch von 4.500 Kilowattstunden. Ohne Strompreisbremse lägen die jährlichen Gesamtkosten also bei 2.248,65 Euro. Mit Strompreisbremse werden 80% dieses Verbrauchs zu 40 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet und die restlichen 20% zu 49,97 Cent pro Kilowattstunde. Für die 80% rechnen wir 80% mal 4.500 Kilowattstunden mal 40 Cent pro Kilowattstunde ist gleich 1.440 Euro. Für die 20% rechnen wir 20% mal 4.500 Kilowattstunden mal 49,97 Cent pro Kilowattstunde ist gleich 449,73 Euro. Mit Strompreisbremse ergeben sich somit jährliche Gesamtkosten von 1.889,73 Euro. Das heißt, Sie haben auf das Abrechnungsjahr gerechnet 358,92 Euro mehr in der Tasche, als es ohne Preisbremse der Fall wäre. Die Ersparnis wird bei Ihrem monatlichen Abschlag berücksichtigt, der sich bei diesem Beispiel um etwa 30 Euro, 358,92 Euro, geteilt durch 12, verringert. Wir fassen zusammen. Durch die Strompreisbremse werden die Kunden in unserer Beispielrechnung um jährlich ca. 360 Euro entlastet. Auf unserer Webseite finden Sie einen Link zum Rechner des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zu Ihrer individuellen Ersparnisberechnung. Energiesparen lohnt sich weiterhin. Verbrauchen Sie 20% weniger, sparen Sie nicht nur Energie, sondern auch Geld. Die Gaspreisbremse funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie hier bei Strom gezeigt. Gleich hier klicken. Eine solch turbulente und unberechenbare Situation am Energiemarkt gab es noch nie. Daher ist ein bewusster Umgang mit Energie für uns alle wichtiger denn je. Wir unterstützen Sie gerne mit unseren Tipps und Energielösungen. Sie wollen mehr Informationen zur Strom- und Gaspreisbremse oder möchten über die aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt auf dem Laufenden bleiben? Dann gehen Sie auf www.ewe.de slash energiemarkt minus aktuell